Musik Sie wollen auch so ein süßes Fohlen ziehen und Ihre eigene Stute bedecken lassen? Wir erklären Ihnen, wie das geht. Als erstes sollten Sie den passenden Hengst für Ihre Stute aussuchen. Dafür sollten Sie sich genau überlegen, welche Stärken Ihrer Stute wollen Sie ausbauen, welche Schwächen vielleicht verbessern. Dafür sollten Sie Ihre Stute gut kennen. Musik Sie sind sich unsicher, welcher Hengst wirklich passt? Dann kontaktieren Sie jederzeit einen unserer Mitarbeiter im Oldenburger Pferdezentrum Fechter. Die Experten unseres Verbandes stehen Ihnen sehr gerne mit Ihrem Know-how zur Seite. Haben Sie sich dann für einen Ihrer Favoriten entschieden, kontaktieren Sie Ihren Hengsthalter und besprechen mit ihm den Ablauf und das Geschäftliche. Um den richtigen Zeitpunkt der Besamung festzulegen, muss ein kompetenter Tierarzt Ihre Stute untersuchen. Er wird Ihnen auch sagen, wann Sie den Samen beim Hengsthalter bestellen müssen. Wichtig dabei ist dieser Deckschein. Er enthält wichtige Informationen über Ihre Stute, aber auch über Sie als Züchter. Wenn Sie bereits Mitglied im Oldenburger Pferdezuchtverband sind mit eingetragener Stute, dann erhalten Sie solch einen Deckschein automatisch am Anfang des Jahres. Sollte Ihre Stute noch nicht registriert sein, stellt die Hengststation Ihnen ein entsprechendes Blanko-Formular aus. Hierauf steht, wann und von welchem Hengst die Stute besamt wurde. Bitten Sie Ihren Hengsthalter, dass Sie die Bedeckung Ihrer Stute auch dem Oldenburger Pferdezuchtverband meldet und fragen Sie ruhig nochmal nach, ob er dies auch getan hat. Von uns erhalten Sie dann ganz automatisch eine sogenannte Abfohlmeldung, die Sie für die Registrierung Ihres Fohlens im kommenden Jahr benötigen. Das war es aber mit dem Papierkram. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Stute nun alles Gute und viel Glück bei der Geburt Ihres Oldenburger Fohlens. Bis zum nächsten Mal.